Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Trattin und wir let's thrashen heute Desert Racer. Und mit mir ist gemeint einmal halt ich und der Psycho HD wieder mal. Ja, so und dann würde ich sagen, fangen wir genau bei Sekunde 30 an loszufahren. Okay, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ich kann nicht mal Gas geben. Achso, jetzt so. Ja, ha, ha. Hör, lo, toll. Hatte ich warte auf die Haare. So viel zum Warten. Verdammt, ich liege schon auf dem Dach und habe einen Altum gemacht. Huuu, alter, das ist mir schlecht, lol. Überholte mich einfach. Lol, alter. Ich kann mich nicht drehen. So. Achso, ich hab mich schon wieder gedreht, ein. Hahaha. Ich hab mich wohl auch fünfmal gedreht. Scheiße. Ja, das kommt jetzt wieder so rüber, als ob ich jetzt hier ganz schlecht wäre im Spiel. Aber eben gerade haben wir vor der Aufnahme einmal kurz so eine Runde gespielt. Und da habe ich so hardcore geohnt. Da hat er natürlich auch verloren, ist doch klar. Ja, jetzt halt Maul, ne. Jetzt sagt man die Wahrheit. Das Gute ist, dieses Flash Game ist so klein, dass ich immer dauerhaft die Zeit im Auge habe. Ach, oh, ja und nächstes Mal nehme ich dann noch die Maus aus dem Bild, dann ist alles okay. Deswegen habe ich einen zweiten Monitor. Ich habe mich immer dort. Ich habe mich immer dort. Das hilft trotzdem nichts gegen die Maus. Oh mein Gott. Eigentlich drehe ich mich nicht mal mehr. Hallo Kai, mich mal nochmal drehen. Ah, ich habe mich auch vom Kopf gedreht. Und glaub... Vor allem, der ist so scheiße... Oh mein Gott, der ist hier weggeflogen, der. Scheiße. Vor allem, man kann auch fahren, wenn man auf dem Kopf liegt. Sehr klasse. Scheiße. Alter, ich drehe mich den ganzen Berg wieder zurück. Alter, was ist da los, ey? Ich komme nicht mal umgedreht, ey. Stimmt, bei dir geht auch der Balken um nach hinten wieder. Alter, das Spiel ist doch schlecht, ey. Oh mein Gott. Ja, okay. Jetzt weiß ich aber, wie ich das schneller schaffe. Das Wort gerade eingeblendet. Mit Ehren, wa? Ja. Aber mit mir hat es gar nichts gebracht. Alter, das Spiel ist so frail, ey. Das Spiel ist so awesome. Der Link ist natürlich wieder in der Videobeschreibung. Falls es noch mal haben wollt. Also falls es noch mal spielen wollt. Scheiße. Einfach mal drüber weggesprungen. Nein, drehe mich doch nicht immer um. Ganz ehrlich, guck mal, was soll der Scheiße, ey. Da ehrlich, mein Balken geht ehrlich wieder zurück, ey. Du musst ja Luft lenken. Verdammt. Was ist los? Du musst in der Luft lenken, ey. Alter, ganz ehrlich, da gibt es so viele tausend bessere davon, ne? Äh, das ist so schlecht. Das ist so schlecht, ey. Das ist so schlecht, ey. Ja, komm mal. Für jedes Rennen haben wir ungefähr jetzt 1 Minute 10 gebrauchter. Hm. Ich hab 50 Sekunden gebraucht. Lol, du warst bei mir unsichtbar grad. Alter, ich kann mir nicht mal umdrehen, ey. Alter, egal, gibt's nur diese eine, kommt weiterfahren. Gibt's nur diese eine Map hier, oder was? Ja. Oh mein Gott. Dann wird die Aufnahme wahrscheinlich nicht so lange. Wenn's wenigstens Abwechslung gehen würde. Ja, so, was kann ich noch so Tolles sagen? Ähm, ach ja, ich hab mir für meine PS3 einen Shooter gekauft. Einen neuen. Äh, na gut, neu ist relativ, er ist von 2010, aber. Ja, darf ich mich nochmal drehen? Darf ich mich nochmal drehen, ey. Komm, ich warte auf dich. Bist du rückwärts gefahren? Ui. Bist du grad rückwärts gefahren, oder wie? Alter. Manchmal spinnt das hier so derbe. Oh mein Gott, jetzt dreh ich mich erstmal nochmal. Komm her, komm her. Weil er fährt zurück, ey. Ja, ich seh schon. Alter, so ein Fail, der. Oh ne, nein. Oh, ich wollte grad so'n geilen Trickshot machen, ey. Das war, ich stand schon beim Ziel, ey. Schön aufm Kopf. Alter, das ist so awesome. Mensch, ey, der ist grad die ganze Zeit bei Skype angeschrieben. Von, äh, diesen Typen, ne? Nein, nicht eben. Von mein Clan, deswegen. Also. Ey, springt einfach über mich hinweg. Ja, guck mal hier. Oh, toll. Verkackt, der. Fick dich, fick dich, der. Ja, komm. Rennen wieder vorbei, ey. Hallo, darf ich nochmal vorwärts fahren, ey? So. Ja, hammergeil. Ne, das spielt jetzt nichts für mich, merkt ihr? Ah, scheiße, jetzt lieg ich auch mal aufm Kopf und komm nicht weiter. Na toll, drücker, weil er fertig ist, ey. Ja, seh schon. Ich drück das Dauer auf, ja. Kommt man dadurch weiter? Nö. Aber du landest immer wieder in der Luft. Wow. Oh, Dauerfly, der. Hui, bist du grad wieder rückwärts geflogen, ey? Nein. Bei mir leckt dann deine Anzeige voll, ey. Deine aber auch bei mir. Hui. Du brauchst mir hier überhaupt ein Ziel. Du musst einfach weiterfahren. Ja, bei mir, bei mir stand schon bei der Leiste stand schon, dass ich längst beim Ziel sein müsste. Na, das Spiel ist auch schlecht. Ach, Fraps, Fraps, Fraps läuft hier noch gerade, sehe ich. Die ganze Zeit, Fraps zeigt mir an, dass ich grad nur Frames habe, okay? Ach, Fraps noch am Laufen, oder wie? Ja, nebenbei. Wann mal, ich liest das mal kurz? Haben wir seriös? So. Ich kann nicht starten. Ja, du musst erst wieder auf... Ah, hier, okay. Ich lasse denn keinen Vorsprung. Das war mit dem Vorsprung. Verdammt! Ich liege auf den Kopf. Jetzt nicht mehr. Ich hab auch Band, dass du es viel zu spät gesagt hast. Hui. Hiiii! Alter, dein... Du lebst voll ganz Zeit bei mir, der. Ja auch. Mal sehe ich dein Auto mal nicht. Da guckt er, hat sich wieder weggeportet, ey. Geportet vor allem. Ja, Porto, der. Mit der Porto, einer am Ende, einer am Anfang. Scheiße. Was war das? Äh, hier, mein Studio hat sich irgendwie grad unterm Tisch festgeklemmt. Und ja, der ist grad rausgesprungen. Ja? Hm. Oh mein Gott, warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Ich bin grad, ich hab grad am Sammlung gespielt. Okay, nochmal, wir fahren hier, äh, ab Sekunde 10 los. Ja, los, los. Ja, okay. Du überholst mich noch eh, ne? Ich weiß nicht mal, wie ich aufkomme. Ja, guck. Mann, ich war so hoch, ey. Ja, komm, leck mich doch der. Guck mal, er dreht sich immer falsch, ey. Immer falsch. Das Spiel ist dumm. Fuck. Scheiße. Das letzte Mal, dass ich so gefrustet von irgend so'n dummen Spiel war, war als ich Call of Duty gespielt hab, ey. Welcher Teil denn? Black Ops 2. Wo ich mein Tactical Knife auf Gold gemacht hab. Nein, 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 nein. Ja. Äh? Ja, ich hab gewonnen. Wie war das denn möglich? Du hast grad ihn noch geschafft hier und plötzlich hast du gewonnen. Scheiße, ey. Oh mein Gott, ey. Ich hab gewonnen, ey. Jut. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs zugucken. Bis zum nächsten Mal. Euer Tritean. Tschüss.